Hallo und willkommen bei Muskebater. So, es ist mal wieder Challenge Time. So richtig Challenge ist es eigentlich nicht. Es ist so ein bisschen, ich lerne die YouTuber ein bisschen mehr kennen, habe ich das Gefühl. Ich bin getaggt worden oder nominiert worden oder wie auch immer man das nennen mag, vom lieben Andi von Hexler69. Wer den Kanal noch nicht kennt, bitte, bitte mal drauf schauen. Bin aber sicher, die meisten kennen ihn. Es geht um eine Challenge, die der Harald von Literatur und Whisky ins Leben gerufen hat. Die Challenge heißt, mein Whisky und ich, fünf Fragen zu unserer Leidenschaft. So, und diesen fünf Fragen werde ich mich jetzt stellen. Ich werde es versuchen, kurz und knapp zu halten, damit das jetzt nicht ein ewig langes Video wird. Allerdings so ein bisschen was möchte ich schon dazu erzählen. So, die fünf Fragen sind, was ich am Whisky liebe, meine drei Whiskys für die Insel, der beste Whisky meines Lebens, der schrecklichste Whisky meines Lebens und Leidenschaften außerhalb vom Whisky. So, spannende Themen. Ach ja, und danach muss man noch jemanden nominieren. Da muss ich mal gucken. Ganz viele sind schon nominiert. Ich weiß noch nicht, wer schon alles nominiert wurde und wer nicht. Ich werde einfach drei Stück nominieren. Wenn sie dann doppelt nominiert sind, dann ist das halt so. Okay, also fangen wir an mit, was ich am Whisky liebe. Was ich am Whisky liebe, ist eigentlich ziemlich schwer, aber auch ziemlich einfach. Eigentlich liebe ich alles am Whisky. Whisky ist eine Leidenschaft, Whisky ist ein Hobby und es gibt fast nichts, was ich nicht daran liebe, weil sonst würde ich es ja nicht so lieben. Ich liebe die Vielfalt, ich liebe die Kunst, ich liebe das Handwerk, ich liebe die Community. Ich liebe die Menschen, weil ich habe das Gefühl, dieses Miteinander in der Whisky-Community, das ist das, was der Gesellschaft sonst an vielen, vielen Punkten fehlt. Wie oft habe ich es, dass irgendwer zu mir kommt und sagt, hier, probier mal oder ich schicke dir ein Sample, ich schicke dir dies, ich schicke dir das. Wie oft sehe ich es, dass in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, wo auch immer, sich über alles Mögliche ausgetauscht wird und wenn jemand was noch nicht kennt, noch nicht probiert hat, dann wird ihm ohne zu zögern ein Sample zugeschickt. Es gibt ganze Sample-Boxen, die reihum in der Community geschickt werden und und und. Es ist ein total tolles und harmonisches Miteinander. Mit Ausnahmen sicherlich. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten und es gibt auch immer Leute, die gewisse Eigenarten haben, das hat jeder von uns und der eine kommt damit besser klar, der andere kommt damit weniger klar, das ist ganz natürlich, aber im Großen und Ganzen ist es doch ein sehr liebevolles und respektvolles Miteinander und das muss ich sagen, finde ich super klasse und es ist einer der sehr großen Punkte, die ich am Whisky echt lieben gelernt habe. Ähm, wie gesagt, neben, es ist ein toller Geschmack, es ist eine Kunstform, es ist ein tolles Handwerk, ähm, ich bin generell ein Genussmensch und finde das toll und ich finde faszinierend, dass Whisky nach Barbecue-Sauce schmecken kann, etc., etc. Das alles gehört mit dazu, aber es ist halt einfach eine Leidenschaft geworden und daher muss ich sagen, eigentlich liebe ich alles am Whisky. So, meine drei Whiskys für die Insel. Da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, weil, das ist halt so eine Definitionssache, oh, mir juckt die Nase, Entschuldigung. Ähm, was heißt das, meine drei Whiskys für die Insel? Kann ich mir das frei aussuchen, was ich damit hinnehmen möchte? Habe ich unendliches Budget und unendlichen Zugriff auf Flaschen? Gut, dann würde ich dreimal Black Bowmore mitnehmen oder sowas oder, keine Ahnung, ne, dreimal meine drei besten Whiskys, die ich hier hatte. Ist aber, glaube ich, nicht Sinn der Sache, sondern man soll normale Sachen sagen, die einen interessieren würden, bzw. die man sehr gerne trinkt, die man, wenn man jetzt in der Wildnis ausgesetzt werden würde oder auf einer Insel ausgesetzt würde, mitnehmen wollen würde, um eine längere Zeit zu überbrücken. Also, so ein bisschen Seven vs. Wild-mäßig. Gut, wenn ich jetzt Seven vs. Wild mitmachen würde, 14 Tage ohne Alkohol, wäre jetzt kein Problem. Wenn man aber, ich glaube, da gibt es eine amerikanische Serie, ich weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gibt, wo man dann über Monate oder noch länger ausgesetzt wird. Und mir würde dann was fehlen an Genuss, an Lebensqualität, einfach dieses mal genussvoll runterkommen. Das würde mir, glaube ich, fehlen und daher gehe ich da so ein bisschen ran, dieses drei Whiskys für die Insel oder drei Whiskys für das Aussteigerleben, wie auch immer. Da muss ich ganz klar sagen, den ersten habe ich nicht hier. Der ist nämlich letztens leer geworden. Der erste ist der Legic Rioja Cask Sinclair Series. Das ist einer meiner absoluten Lieblingswhiskys. Rauch und Rotwein, das geht für mich immer. Und der ist sehr gut, der ist super bezahlbar, absolut geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mich dürfte der überall mit hin. Einer meiner absoluten Lieblinge. Mein zweiter geht in eine sehr ähnliche Richtung, ist allerdings ein bisschen teurer, ein bisschen exklusiver und leider auch limitiert. Glenskoscher Festival Edition 2021 war das? Nee, 2020. Torniport Cask Finish. Rauchiger Glenskoscher mit Portwein Finish. Wer mich kennt, weiß, Rauch und Rotwein ist ziemlich geil und das Ganze noch so ein bisschen mit diesem Campbelltown Touch. Für mich auch eine absolute Bank und den gab es damals für, ich meine, 75 Euro. Inzwischen kostet er ein bisschen mehr, aber man kriegt ihn immer noch bei Krüger beispielsweise für, ich glaube, um die 100 oder 110. Finde ich, ist er auch absolut wert. Ein super leckeres Teil. Und ich wollte auf jeden Fall auch einen nicht rauchigen mitnehmen. Und da habe ich mich lange schwer getan und habe überlegt, boah, was ist so ein Ding, was dich bis jetzt immer überzeugt hat. Und dann hatte ich zwei Stück am Ende in der Hand, habe mich dann für einen entschieden. Der eine, der es nicht geworden ist, ist der Red Breast Torniport. Der, der es geworden ist, mag den einen oder anderen überraschen, aber ich bin absolut überzeugt von den Dingern. Dann, es ist nicht die richtige Flasche, aber grundsätzlich wisst ihr dann, was ich meine. Indri Red Ryan Single Cask. Letztes Jahr war das das Fass 303, dieses Jahr ist es das Fass 14 oder so, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier einen Bourbon Single Cask, aber Indri Red Ryan Single Cask in Fassstärke ist dann die einzige Fassstärke. Ne, der hat auch 52,8, der hier hat die Indris, die haben ein bisschen mehr, die sind dann bei Ende 50. Die Red Ryan Single Cask von Indri, die waren bis jetzt absolut Bombe zu einem auch sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 100 Euro für einen granatenmäßigen Whisky, wenn man Alter nicht berücksichtigt, aber das darf man, finde ich, bei indischem Whisky halt sowieso nicht tun. Ich muss sagen, für 100 Euro kriegt man hier einen unfassbar guten Single Cask, Rotweinfass gereift, Vollreifung, Single Cask, geniales Teil. Absolut geniales Teil. Das wären meine drei Whiskys für die Insel, aber ich habe das Ganze noch erweitert, weil ich glaube, mir würde was fehlen, wenn ich das folgende nicht mitnehmen würde. Ich würde auch eine Flasche Rum mitnehmen. Ihr wisst, inzwischen habe ich so ein bisschen auch meine Leidenschaft für Rum entdeckt, von daher würde ich eine Flasche Rum auch mitnehmen und da gibt es inzwischen auch so viel, was mich interessieren würde. Aber ein guter Standard, zu dem ich immer wieder gerne greife, ist der Dolly's 14, ein Foursquare 14 Jahre, der auch sehr, sehr lecker ist und optisch auch noch was hermacht. Von daher, den würde ich auch noch mitnehmen. Warum? Weil ich es kann. Und zur Not würde ich eine der Whiskys weglassen, einfach um ein bisschen mehr Variationen da drin zu haben. So, dann der beste Whisky meines Lebens. Uh, das war auch nicht ganz einfach und da habe ich auch lange überlegt, nehme ich da jetzt so ein Ben Romach 40 Jahre oder ich hatte letztes Jahr in Limburg den Ischiru Smalt, ich glaube Black Edition war das. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Abfüllungen und das war der Ischiru Smalt Black, meine ich, mit 30 Jahren altem Hanyu, äh, uraltem Kawasaki und was weiß ich nicht, war so ganz abgedrehtes Zeug, kostet mehrere tausend Euro die Flasche. Durfte ich auf der Messe probieren, war ich übelst dankbar für, absolut geiles Zeug, aber wenn ich wirklich an den besten Whisky denke, den ich bis jetzt hatte, dann ist das für mich was, was genau meinem Beuteschema entspricht, was genau meinem Geschmacksprofil entspricht, was ich einfach absolut gefeiert habe. Und da ist mir eigentlich nur eine Flasche eingefallen. Legic, wer soll es denn erwarten? Ein Legic 12 Jahre Amarone Cask Finish Distillery Exclusive, apropos, den gibt es übrigens noch, kleiner Tipp am Rande. Ähm, spannenderweise gibt es ihn noch, den gibt es nämlich inzwischen seit vier Jahren, der ist von 2008 bis 2020 gereift. Äh, Finish für 18 Monate in Amarone Cask und kostet, ich glaube, 120 Euro oder so, also absolut in Ordnung. Distillery Exclusive gibt es also nur bei Turbo Mario Shop. Für mich ein grandioses Teil, ich finde den super, ich habe noch, glaube ich, drei oder vier Flaschen hier. Ähm, geschmackstechnisch war das bis jetzt für mich, was an meinem Profil, an Aromen, die ich liebe, angekommen ist, so das Beste, glaube ich. Das und der Bowmore Black Comité Release. Aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde meine Wahl zu dem gehen, deswegen ist der der Beste. So, Nummer vier, der schrecklichste Whisky meines Lebens. Apropos, der beste Whisky meines Lebens. Ein paar Kollegen haben gesagt, der beste Whisky des Lebens ist immer der nächste. Und damit haben sie nicht ganz unrecht. Ne, ich fand die Herangehensweise total spannend. Und ich bin ja auch eher jemand, der gerne Neues verkostet, der auch sehr gerne Samples verkostet. Und nicht immer von allem eine Großflasche haben muss, sondern mir reicht es, sie mal probiert zu haben. Von daher, ich fand die Herangehensweise von, ich glaube, Whisky Notes zuerst hat es so gemacht. Und irgendjemand noch, war das der André, ja, von Whisky Tales, hat es, glaube ich, auch gesagt. Die Herangehensweise finde ich ziemlich gut und es würde, glaube ich, in vielen Punkten auch auf mich zutreffen. Nichtsdestotrotz, von denen, die ich bis jetzt verkostet habe, ist das dann doch der Beste. Der schrecklichste Whisky meines Lebens. Tatsächlich kann ich das gar nicht so genau definieren. Ich habe schon einige schlechte Whiskys gehabt. Aber so der eine, wo ich sagen würde, das war der schlechteste, den ich jemals hatte. Jeder war irgendwie auf seine Art eine Erfahrung. Keiner war so, dass ich mich übergeben musste. Ja, weiß ich nicht. Also die schlechtesten Whiskys, die ich bis jetzt hatte, waren halt absolute Schwefelbomben, die so viel Schwefel hatten, dass man ihn schon kaum noch verriechen konnte, ihn kaum noch verkosten konnte. Und das absolut dominante Aroma. Also da denke ich an, ich glaube so, wenn ich das im Kopf habe, der schlechteste Whisky, den ich bis jetzt hatte, war vom Spanish Whisky Club Libber 10 Jahre oder 12 Jahre. Diese rot-gelben Flaschen. Boah, widerliches Zeug. Boah, muss ich nicht haben. Aber auch von Libber gibt es ziemlich gutes Zeug. Habe ich jetzt rausgefunden, dass es tatsächlich auch echt gute Sachen gab. Aber die vom Spanish Whisky Club, die waren echt gar nichts. Gar nichts. So, kommen wir zum letzten Punkt. Leidenschaften außerhalb vom Whisky. Ja. Da ist auf Platz 1 ganz klar meine Familie. Meine wunderbaren Kinder, meine Frau, Haus, Garten. Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Mit den Kindern Eis essen zu gehen, mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen, ins Schwimmbad zu gehen. Alles, was ich mit der Familie unternehmen kann, ist meine absolute Leidenschaft. Und ich liebe es, jede Sekunde mit denen zu verbringen. Auch wenn sie mir manchmal auf den Keks gehen. Aber das, glaube ich, ist vollkommen normal. Aber ich bin sehr, sehr dankbar und demütig für das große Glück, was ich habe, dass ich so eine tolle Familie haben kann. Dann habe ich neben der Familie und vor allem war es vor der Familie das große Hobby Reisen. Ich bin immer schon, also seit ich ausgezogen bin, bin ich immer schon gerne gereist. Ich war immer schon sehr, sehr neugierig. Das gilt nicht nur fürs Whisky mit Crazies Maturation und allem Möglichen, was ich da probieren möchte. Sondern ich bin generell ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin immer schon gerne gereist und auch gerne mal abseits der Touristenfahrt gereist. Also ich war absoluter Backpacker. Für mich kam es darauf an, Hauptsache weg. Preis kann so niedrig wie möglich sein. Hauptsache ich komme weg. Ich habe in Hostels gewohnt, in Mehrbezimmern geschlafen. Ich habe getrampt. Ich bin von Südost-Europa-Tour nur mit Rucksack und Daumen gemacht und habe versucht, Richtung Istanbul zu kommen. Und bin bis Belgrad und habe dann den Schlenker über die Adria zurückgemacht, weil die Rückflüge mir zu teuer wurden. Also das Reisen ist eine ganz, ganz große Leidenschaft. Und wenn die familiäre Situation uns mehr zulassen würde, auch wenn ich für die sehr dankbar bin, aber wenn die familiäre Situation uns mehr zulassen würde, würde ich gerne viel, viel mehr reisen und viel, viel mehr von der Welt sehen. Meine Bucketliste ist schon fast ein Bucketbuch, weil es noch so viel Interessantes auf der Welt zu entdecken gibt, was ich gerne sehen wollen würde. Ja, und ansonsten, ich höre gerne Musik, aber ich kann weder Musik machen, noch bin ich absolute Leidenschaft dafür, aber ich höre gerne Musik. Ich bin ein absoluter Fan von Netflix & Chill. Also ich kann mich stundenlang, mir es irgendwo bequem machen und Filme und Serien suchen und mich beriesen lassen und entspannen und zur Ruhe kommen. Kann ich super. Couch-Potato. Also manchmal zu viel, da muss ich mich schon mal ein bisschen aufraffen, aber da hilft es dann, wenn man eine aktive Familie hat. Ja, und zu guter Letzt, Rum. Inzwischen ist es auch, Rum ist eine gewisse Art der Leidenschaft geworden, noch lange nicht so groß wie Whisky, aber definitiv was, was mich inzwischen sehr interessiert und wo ich merke, dass Rum tatsächlich noch vielfältiger sein kann als Whisky, was ich nie für möglich gehalten hätte, aber es ist tatsächlich so. Nichtsdestotrotz bleibt Whisky für mich das Getränk Nummer 1, weil er mir doch besser schmeckt als Rum. Aber es gibt auch sehr, sehr geilen Rum, muss ich sagen. Ja, das waren so meine Leidenschaften neben dem Whisky, auch wenn vieles davon inzwischen deutlich zu kurz kommt, aufgrund von Familie und Job und Whisky. Aber, ja, alles geht nicht immer, ne? So, jetzt muss ich noch drei Leute nominieren, ne? Drei Leute. Als erstes würde ich gerne die Andrea nominieren von Slange Vars, weil ich glaube, die Andrea macht daraus ein sehr, sehr cooles Video. Ich bin sehr gespannt, was die Andrea daraus macht. Und mich würde interessieren, was so ihre drei Insel-Whiskys sind, was so ihr Lieblings-Whisky und ihr schrecklichster Whisky ist, weil ich kenne Andrea nur als Marketing-Käuferin und mich würde da tatsächlich auch so ein bisschen das Geschmacksprofil von ihr interessieren. Dann habe ich mir überlegt, würde ich gerne ein Video von Ash, von Ash Whisky sehen, weil sie gefühlt so ein bisschen inzwischen unter dem Radar verschwunden ist, leider. Auch, weil ich glaube, dass sie privat einiges um die Ohren hatte und vor allem, weil mich interessiert, was so ihre Leidenschaften außerhalb von Whisky sind, weil ich weiß so am Rand, was sie sonst noch alles so treibt und es sind zum Teil sehr, sehr spannende Themen und das würde mich mal interessieren, was es da eigentlich alles zu entdecken gibt. Ja, Nummer drei würde ich jetzt einfach mal sagen, Kai und Rolf von The Bourbon Diaries. Auch da würde mich mal interessieren, was machen die abseits von Whisky? Was sind so ihre Whiskys? Gut, beim Bourbon bin ich raus, aber ja, was lieben sie am Whisky, was lieben sie am Bourbon und vor allem, was haben die noch für Leidenschaften? Das sind meine drei Nominierungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Videos dazu macht, wenn ihr die Nominierung annehmt. Ich weiß nicht, ob ihr schon von irgendjemand anders nominiert worden seid. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht. So, ich hoffe, ich konnte alle Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu meinen jeweiligen Antworten so denkt und zu sagen habt, solange ihr bitte lieb und freundlich zueinander seid und zu mir seid. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt, den Kanal abonniert und am allerwichtigsten, damit ihr es mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.